So, Willkommen zurück zu Let's Play Octotode, ähm, ja, wir haben noch eine Mission und zwar Build the Mannequin, ich weiß nicht so richtig was du meintest, aber ich hab eine Idee. Okay, nein, lass die Banane los. Wir müssen noch weiter an den Kopf ran. Und zwar glaube ich, wir müssen den Kopf nehmen und da drauf packen. Kann das sein? Kann sein! Toll edit! Kann nicht sein. Das war nicht der Mannequin. Schön. Ah, okay, wir müssen da Sachen dran tun. Aber die Banane anscheinend nicht. Gut. Jeh, ich muss das nicht Python, ich kann das nicht mal sowas. Dann gehen wir gleich mal. Mit dem Liste ist das. Ich hab zwei, ich hab zwei, ich hab zwei. Es hab zwei, ich hab zwei, ich hab drei, ich hab drei, ich hab drei. Und ich hab einen Betancen, ich hab zwei. Und ich hab zwei, ich hab zwei auch einen gewen Kupfer und ich hab drei. Was? So, pass auf, den Raum haben wir abgeschlossen Den Raum haben wir abgeschlossen, den Raum haben wir abgeschlossen So, pass auf ein. Röhnter Körnter Säure 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 Röhnter Säure Säure Das Spiel ist schon ganz schön anstrengend, ich könnte mir aber glauben Ich weiß gar nicht was er jetzt von mir will, ich hab doch die Puppe gebaut Banane, toll Ja, wir haben es geschafft, irgendwie durch Umfall und Glück und ich freue mich so, schön Diese Stimmern erinnert mich an irgendwas Wow! Alter! Lass mich! Ich komme nicht hoch Ich habe es geschafft! Ich glaube nicht Ich dachte gerade schon, wir haben es nicht geschafft! Sie haben die Propheten nicht gereinigt! Ihr Hund ist verrückt! Ich bekomme euch meine Revenzierung! Ich bin ihr! Ich liebe dich! OCTODODODD!! Ein Fishing-Bowd, dann. Ah ja. Wie oft der Bandan ausrutscht! Hey, was müssen wir denn jetzt machen? Ich sehe da ein Loch. Können wir da graben? Huch! Huch! Bananen. Schön. Soll ich was mit dem Bananen machen? Ja. Ich grabe erstmal die anderen Löscher aus. Nein! Ich weiß zwar nicht, wie ich hier gerade ausgrabe, aber ich grabe ja ganz gut aus. Da ist nur eine Axt drin. Und ein Ball. Da ist ein Key. Ein Schlüssel. Nein, nicht. Nicht die Schaufel. Äh. Oh, pack jetzt die Schaufel weg, Mann. Du sammelscher. Bist du zu spät. Du hast nicht die Schaufel weg. Oh, pack den Schaufel weg. Ich schiebe nur noch ein 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 Schaufel weg. Ja. Ja. Ta-da Tuto Yaha Kouks 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 Saat Mereks So, ich rede wieder ziemlich wenig, ich weiß, aber ich konzentriere mich, weil ich will diesen bescheuerten Schlüssel jetzt endlich kriegen, Mensch. Ich krieg den da nicht raus, sag mal, willst du mich verarschen? Ich krieg den da nicht raus, sag mal, willst du mich verarschen? Ich krieg den da nicht raus, sag mal, willst du mich verarschen? Ich bin da nicht raus, sag mal, willst du mich verarschen? Ich kann es開心, wenn du dich verarschen willst. Ich brauche das, sag mal, willst du dich nicht zu schwingen? So, ich verdiene So, ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Schnitt, bis ich den Schlüssel aufgenommen habe. Das dauert mir jetzt so zu lang bis gleich.